Diesen Platz ehr Isak für Deutschland beim ESC 2024 in Malmö. Isak trägt die Hoffnungen Deutschlands beim Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Es steht fest, der Musikkünstler Isak wird Deutschland beim Eurovision Song Contest C 2024 in Malmö, Schweden, repräsentieren. Damit setzt Deutschland nach ausdrücklichen Informationen der ARD das erste erneut auf frischen, mutigen und originellen Sound. Talentierte Wahl Isak ist bekannt für seine einzigartige Kombination von Pop und Elektro, gespickt mit Elementen aus dem Folk und Jazz. Sein experimenteller Ansatz und seine exzellente Fähigkeit, unterschiedliche Musikrichtungen in einem harmonischen Gesamtbild zu vereinen, machen ihn zu einer idealen Wahl für die Teilveranstaltung im grünen Herzen Skandinaviens. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Isak durch seine Teilnahme an Deutschland sucht den Superstar DSDS 2019 bekannt, wo er mit seinem einzigartigen Stil und seiner außergewöhnlichen Bühnenpräsenz beeindruckte. Ziel Neuausrichtung. Seit 2010 hat Deutschland nur ein einziges Mal den ESC gewonnen. Mit Lena und ihrem unvergessenen Hit Satellite. Seitdem mussten die deutschen Künstlerinnen und Künstler Rückschläge und Enttäuschungen einstecken. Mit der Wahl von Isak deutet die ARD einen Kurswechsel an. Mit Isak wollen wir uns neu ausrichten und den ESC zurückerobern. So die Worte eines Sendersprechers bei der Bekanntgabe von Isaks Nominierung. Der Künstler hinter dem Mikrofon Isak, der bürgerliche Name des Sängers lautet Samuel Isak Berman, ist ein deutscher Singer-Songwriter und besteht mit seinem Genre übergreifenden Stil auf einer kraftvollen emotionalen Stimme und persönlichen Texten. Sein musikalisches Talent zeigt sich in seiner ungewöhnlichen Fokaltechnik und seinem Grad an sorgfältiger Lyrik. Mit originellen, oft unerwarteten Melodien zieht er sein Publikum in den Bann. Unterstützt durch seine ehrlichen, emotionalen Texte. Der gebürtige Berliner veröffentlichte im letzten Jahr sein erstes Album Mirror Image, das durchschnittlich hervorragende Bewertungen erhalten hat. Das ESC-Fieber steigt. Isak wird in der ersten Runde des 65. Eurovision Song Contest am 12. Mai 2024 in Malmö auf der Bühne stehen, um die europäischen Zuschauer mit seiner Musik zu begeistern und Stimmen für Deutschland zu sammeln. Die Stadt Malmö, bekannt durch den erfolgreichen Auftritt Laurens und ihres Hits Euphoria im Jahr 2012, freut sich auf die Gäste der geplanten ESC-Veranstaltung. Die Anstrengungen, die in die Organisation der Veranstaltung gesteckt wurden, sind enorm und Malmö ist bereit, die Eurovisions-Community zu begrüßen und eine spektakuläre Show zu bieten. Musik verbindet Europa. Der Eurovision Song Contest ist weit mehr als nur ein Musikwettbewerb. Der jährlich stattfindende ESC verbindet Menschen in ganz Europa und darüber hinaus. Er bietet eine einzigartige Plattform für Künstlerinnen und Künstler, um ihre Musik einem breiten Publikum zu präsentieren und den kulturellen Austausch zu fördern. Es wird festlich, lustig und vor allem musikalisch, wenn Vertreter aus über 40 Ländern auf die Bühne treten und ihre Musikstücke zum Besten geben. Und genau dieses Publikum möchte Isaac für sich gewinnen und Deutschland einen weiteren ESC-Sieg bescheren. Die Geschichte wiederholen. Wenn Isaac in Malmö auf die Bühne tritt, wird er nicht nur für sich und seine Musik, sondern auch für das gesamte Land singen. Mit seiner Teilnahme wird er versuchen, sich einen Platz in der beeindruckenden Liste der ESC-Gewinner zu sichern und in die Fußstapfen der 2010 gewählten Lena Meyer-Landruth zu treten. Es ist gewiss eine große Herausforderung, doch mit seinem einzigartigen Stil, seiner authentischen Art und seinem großen Talent hat Isaac die besten Voraussetzungen, diese Herausforderung zu meistern und Deutschland erneut zum ESC-Sieg zu führen. Autor Anita Farke, Sonntag.